Remondis Rheinland – stark vor Ort in der Region Remondis Rheinland ist als Teil der Remondis Gruppe darauf spezialisiert, regionale Dienstleistungen anzubieten. Dabei haben die Experten vor Ort direkten Zugriff auf das gesamte Spektrum der international tätigen Remondis Gruppe mit ihrem zahlreichen Spezialgesellschaften. Verknüpfte Kompetenzen schaffen klare Vorteile. Im Verbund der Remondis Gruppe ist Remondis Rheinland mit jahrzehntelanger Branchenkenntnis, spezialisiertem Know-how und regionaler Nähe der ideale Ansprechpartner, wenn es um Fragen der Entsorgung und Recycling geht. Mit unserer breiten Produkt- und Dienstleistungspalette bieten wir Lösungen für Bürger, Kommunen und Unternehmen vom Kleinbetrieb bis zum Großkonzern. Vertrauen auch Sie den Experten von Remondis Rheinland. Überlassen Sie alles rund um Entsorgung und Recycling uns und widmen Sie sich verstärkt dem, was Ihnen wirklich wichtig ist. Abfallentsorgung braucht Profis, darum sind wir für Sie da. Abfälle vermeiden, Wertstoffe recyceln, das ist schon lange die Devise. Und was hat Remondis Rheinland damit zu tun? Viel. Denn wir sorgen dafür, dass alles dorthin kommt, wo es hingehört. In der Praxis heißt das, wir holen die Stoffe ab, bringen sie in unsere modernen Anlagen und stellen dort Neues daraus her. Produkte, Rohstoffe oder Energie. Entsorgung im Großformat. Mit unserem Containerdienst kein Problem. Manchmal muss es etwas mehr sein. Wenn Sie zum Beispiel die alte Gartenlaube abreißen, den großen Birnbaumfällen oder das Badezimmer mit neuen Fliesen ausstatten, reicht die Grautonne nicht aus. Und das ist auch gut so, denn für die bei Ihrem Projekt anfallenden Altstoffe haben wir ganz spezielle Aufbereitungsverfahren. Damit Sie schnell und umweltgerecht loswerden, was zu Hause im Wege ist, betreibt Remondis Rheinland Wertstoffhöfe. Hier können Sie alles abgeben, was Sie nicht länger in Ihrem Haus und Garten oder in Ihrer Garage haben wollen. Vom ausgedienten Computer über Bauschutt und Schadstoffe bis hin zum nicht mehr gebrauchten Kinderbett. Das Klima erwärmt sich. Rohstoffe werden knapper. Die Folgen wirtschaftlicher, demografischer und technologischer Entwicklung sind weltweit unübersehbar. Um die natürlichen Ressourcen zu schonen und das Klima zu schützen, müssen verstärkt alternative Quellen erschlossen und genutzt werden. Die Remondis Gruppe hat sich der Nachhaltigkeit verschrieben und übernimmt auf wichtigen Feldern Verantwortung für die Menschen und ihre Umwelt. So auch bei Remondis Rheinland. Remondis Rheinland kümmert sich um alles, was im Garten oder in der Küche übrig bleibt. Von Rasenschnitt, Ästen und Laub, über Obst- und Gemüseschalen bis hin zu Speiseresten. Grünabfälle entsorgen mit uns heißt Schnelle Abholung und restlose Verwertung, denn aus den Pflanzen- und Küchenresten stellen wir fruchtbare Komposterde her. Remondis gibt es jetzt auch als App für Ihr Tablet oder Smartphone mit Ihrem persönlichen Abholreminder. Remondis – im Auftrag der Zukunft Und das sind immer klar, was wir selten bis jetztfristig. Untertitelung des ZDF, 2020